Verfluchte Liebe von Kim Ray Kapitel 12 Teil 1 Alte Laster und unerwartete Offerten Draco bog den Kopf in den Nacken und streckte sich. Schneeflocken fielen auf die erhitzte Haut seines Gesichts und schmolzend zu Wasserperlen. Er genoss es. Wie immer hatte er beim Training das Letzte von seiner Mannschaft gefordert und sich selbst dabei nicht geschont. Seit dem Spiel Ravenclaw gegen Hufflepuff stand fest, dass es in diesem Jahr nicht Gryffindor war, um die er sich Sorgen machen musste. Die Ravenclaws mit Ray Hayes als Teamkapitän und Sucher waren so stark wie nie zuvor und sein Team war nicht gut genug, um sie zu schlagen. Seitdem wurde jedes Training zur Bewährungsprobe. Um Hayes machte sich Draco keine Sorgen. Den würde er schlagen. Er war nicht Potter. Aber so eine Blamage wie gegen die Gryffindors dürfen sie sich nicht erlauben. Ravenclaw würde in der gleichen Zeit wohl zweimal so viele Punkte machen und dann konnte sie auch der Schnatz nicht mehr retten. Darum maurte er an der Verteidigung und hetzte die Treiber, dass ihnen Hören und Sehen verging. Und das war der Grund, dass er im Moment so angenehm fertig war. Das Training hatte ihn ausgepowert, doch Draco wusste, dass er etwas dabei erreicht hatte und das gab ihm ein gutes Gefühl. Erneut ließ er den Blick in den Himmelsschweifen. Der Schneefall, der vor zwei Tagen eingesetzt hatte, ließ langsam nach. Die ersten Lücken waren in den Wolken zu entdecken und samt schwarze Himmelsfetzen mit funkelnden Sternen kündeten von kommender eisiger Kälte. Draco wohnte sich ab. Nächte wie diese deprimierten ihn. Er liebte die Dunkelheit und er liebte die Nacht, doch nicht, wenn sie von Hoffnung und Frieden kündete. Nicht mehr. Er war seit Wochen von Unrast und Missstimmung ergriffen und er wusste ganz genau, warum. Potter tyrannisierte seine Träume, seit er ihn auf der Krankenstation im Arm gehalten und zum Bett zurückgetragen hatte. Draco hatte eigentlich gedacht, wütend genug auf dem Baster zu sein, um ihn komplett aus seinem Kopf streichen zu können. Doch die Erkenntnis, dass der Schwarzhaarige eine Art von Interesse mit ihm gemeinsam hatte, mit der er nicht gerechnet hatte, ließ das nicht zu. Der Fakt, dass Potter wahrscheinlich ein Verhältnis mit Weasley hatte und demzufolge mit genauso hoher Wahrscheinlichkeit schwul war, hatte ihn seine unerbittlichen Krallen, denn das war etwas, was Draco wollte. Sicher, er stufte sich selbst als bisexuell ein, denn er nahm mit, was er kriegen konnte, auch wenn er die Beziehung zu einem Mann wohl inzwischen vorzog, doch die Vorstellung, dass möglicherweise auch Harry Potter für ihn zu haben gewesen wäre, die hatte einen ganz speziellen Reiz. Und deswegen kam er nicht mehr davon los. Es gab da nur eine Sache, die ihn inzwischen zu Weißglut trieb. Der verdammte Bastard ignorierte ihn noch immer absolut erfolgreich. Dracos gute Stimmung nach dem Training verflüchtigte sich, und nun stapfte er fast wütend durch den Schnee zum Schloss zurück. Das Abendessen wartete und es würde ihn nicht viel Mühe kosten, Blaze oder Ray für diese Nacht in sein Bett zu bekommen. Der schwarzhaarige Suche der Ravenclaws war sein momentaner Favorit. Ray Hayes selbst war es gewesen, der das Ganze inszeniert hatte, und Draco fragte sich, ob er sich klar war, was er damit für ein Risiko einging. Hayes konnte sich schon mal darauf gefasst machen, am Tag des Spiels Slytherin Ravenclaw überhaupt keine Freude an seinem Wesen zu haben, falls er bis dahin nicht die Lust an ihm verlor. Das war ein Gedanke der Dracos Stimmung wieder ein klein wenig hob. Als er dann am Slytherin-Tisch eine Nachricht an Ray auf ein Stück Pergamon kritzelte, stürte es ihm bei weitem nicht so wie sonst, dass der zweite interessante Schwarzhaarige noch einen Tisch weiter ihn wie üblich keines Blickes würdigte. Harry atmete tief durch, als seine Behandschote Rechter sich auf den Zinn des Ostturms abstützte. Das war der Ort, an den er seit Halloween flüchtete. Die Begegnung mit Draco auf dem Astronomieturm hatte ihn nachhaltig davon kuriert, Plätze aufzusuchen, die von dem Blonden ebenfalls frequentiert wurden, und so kam er nun auf den Ostturm, wo er wissend, dass da außer ihm und Draco Malfoy niemand hinkommen konnte. Woher Draco Entsiegelungszauber für die geschlossenen Teile des Schlosses kannte, hatte er ihm nie gesagt, doch er hatte sie ihm alle verraten. Flashback Mann, manchmal bist du wirklich Profi darin, dich anzustellen, oder? Sein linker Arm umschlang von hinten meine Taille. In der rechten Hand klitt er verführerisch meinen rechten Arm hinunter, bis sie meine erreichte und mit festem Griff umfasste. Das ist super einfach, Harry. Wie kann es sein, dass du zwar ein Patronus heraufbeschwören kannst, aber keinen Entriegelungszauber zustande bringst? Recluderus supremus, flüsterte er an meinem Ohr, und ich konnte das Prickeln des Zaubers durch unsere Hände spüren. Der Spruch wirkte, und die Verbindungstür zum Ostflügel sprang auf. Und? Was war daran so schwierig? Nichts, wenn man mal von der Tatsache absah, dass ich selten zu gebrauchen war, wenn er sich so an mich schmiegte. Er zog mich noch ein wenig fester an sich. Wenn ich es mir genau überlege, ist das hier schon ein wenig irritierend? Seine Hüften drängten sich fest an mich, und ich stellte fest, dass ich nicht der Einzige war, der mit seiner Erregung zu tun hatte. Schön, dass du das auch schon merkst, dachte ich und grünste. Wir hatten uns wegen des Trainings die letzten beiden Tage nicht treffen können, und es hatte den Anschein, als fehlte ihm das genauso sehr wie mir. Willst du hier noch lange rumstehen, oder willst du die Lektion noch mal wiederholen? Stichelte ich und wurde prompt wieder einmal gebissen. Ich erkläre es dir gern noch einmal. Dein Wunsch ist mir Befehl. Idiot, dachte ich. Gut, dann befehle ich dir, mich jetzt auf der Stelle ins Bett zu bringen. Das war ein Fehler. Levitas. Zischt es neben meinem Ohr, und einen Moment später fühlte ich mich vom Boden gehoben. Spinnst du? Ich war mir ziemlich sicher, dass mein Tonfall gefährlich nah an ein panisches Kreischen herankam. Meine Arme schlangen sich um seinen Nacken, und ich konnte ihn grinsen sehen. Du willst ins Bett? Ich bringe dich ins Bett. Du bist unmöglich. Du hast es so gewollt. Du... Ich hatte keine Chance, mich zu befreien. Der Levitas-Zauber hatte mir meine ganze Schwungmasse genommen. Hör auf zu zappeln, knurrte er. Was sonst? Sonst passiert das hier. Einen Moment lang dachte ich, er würde mich absetzen. Doch nein, er änderte nur meine Position. Und so schlangen sich einen Moment später meine Beine haltsuchend um seine Hüfte. Meine Hände krallten sich in seine Schultern, bevor er mich gegen die Wand schob und ungestimmt küsste, ohne mich auch nur in Reichweite des festen Bodens kommen zu lassen. Ich glaube, so gefällt mir das besser. Hörte ich ihn murmeln. Ich biss ihn ärgerlich in die Unterlippe, denn es war das erste Mal, dass ich ihm so vollkommen ausgeliefert war, und ich wusste nicht recht, was ich damit anfangen sollte. Er lachte nur und begann, mich von meiner Kleidung zu befreien, mitten auf dem Gang. Obwohl es nur einen Rekluderus Supremus gebraucht hätte, um die Tür neben uns zu öffnen und in ein bequemes Bett zu fallen. Flashback Ende. Der Rekluderus Supremus war es, der Harry im Ostflügel alle Türen öffnete, auch die zum Ton. Normalerweise müsste er es als Risiko einstufen, sich hier herumzutreiben. Er wusste jedoch ganz genau, dass Draco hier nur einen ganz bestimmten Raum nutzte, und darum hatte er keine Hemmungen, sich auf den Ostturm zurückzuziehen. Der blonde Slytherin tauchte hier nur mit seinen jeweiligen Favoriten auf, um sich ungestört austoben zu können. Harry hat es eine Zeit lang auf der Karte des Rundtreibers beobachtet, als eine Art selbstquälerische Manie, auch wenn er nur Vermutungen anstellen konnte. Noch immer war Draco nur ein verschwommener Fleck auf der Karte, doch wenn dieser Fleck im Ostflügel auftauchte und nicht allein war, wusste er, was Fakt ist. Der momentane Favorit war Ray Hayes. Seit Harry das wusste, schaute er nicht mehr nach, wann er da war und wann nicht. Er verscheuchte diese Gedanken. Es hatte keinen Sinn, sich über Draco den Kopf zu zerbrechen. Wissen Standpunkt war klar, das hatte er mehr als deutlich zum Ausdruck gebracht, und für ihn war es nur Quälerei. Müde schloss er die Augen. War wieder einer dieser Nächte, die er ohne den Trank von Snape durchstehen musste. Es ängstigte ihn, dass das inzwischen solche Formen annahm. Doch jede Nacht, die er träumte, verschlechterte den Zustand seines Fluchmals, und er sehnte die Ferien herbei. Manchmal, so wie heute, war er sogar versucht, Snapes Rad in den Wind zu schlagen und den Trank trotzdem zu nehmen. Er war so müde. Die Schule stresste ihn, die Schmerzen machten ihn alle, und seine Freunde gingen ihm mit ihrer übersteigerten Fürsorge auf die Nerven, vor allem, dass sie wieder gemeinsam gegen ihn Front machten. Die Tatsache, dass Ron und Hermine auf einmal wieder miteinander auskamen, war jedoch trotzdem eine Erleichterung für Harry. Er hatte nicht erwartet, dass Mina es so einfach schaffen würde, mit Ron ihren Frieden zu machen, und eine Ahnung sagte ihm, dass sie ihn dafür als Ausrede benutzt hatte. Doch im Grunde war es gleich. Das Einzige, was zählte, war die Aussicht, dass die beiden es doch noch schafften, sich zusammenzuraufen. Harry wünschte sich für Ron nichts so sehr, als dass er endlich sein Ziel erreichte und den Mut aufbrachte, Mina seiner Liebe zu gestehen. Sein Freund hat es verdient, nach all dem, was er durch hatte, und Hermine tat gut daran, auszubügeln, was sie angerichtet hatte. Das müde Lächeln schlich sich in Harrys Gesicht. In ihn war sie verknallt gewesen. Noch immer konnte er das nicht recht fassen. Ron hat es auch noch eher begriffen als er selbst. Manchmal war er wohl wirklich naiv. Das hatte er inzwischen hinreichend bewiesen. Merlin Potter, hast du mich erschreckt? Das beruhte auf Gegenseitigkeit. Harry fuhr herum und fragte sich, wer ihn hier oben erwischen konnte. Die Stimme gehörte nicht zu Draco. Es war Ray Hayes, der in der Tür zur Plattform aufgetaucht war. Wie üblich hatte Harrys nicht für nötig gehalten, in die Türen zu schließen. Schließlich war der Osttrakt für die Schüler verschlossen. Heute war jedoch noch jemand außer ihm hier unterwegs. Die Schlüsse, die Harry daraus ziehen konnte, machten seine Miene noch ein wenig kälter. Und es sah so aus, als brauchte Ray eine Pause. Harry verdrängte das Stechen in seiner Brust, und es kostete ihn enorme Mühe. Ray sprach inzwischen unbekümmert weiter, ohne zu bemerken, dass Harry seine Anwesenheit nicht besonders begeistert aufnahm. Hast du die Tür hier rauf aufgemacht? Ich habe es schon ein paar Mal versucht, doch sonst war immer zu. Es ist unmöglich, hier irgendwo hinzukommen, um ungestört eine zu rauchen. Ah ja, da war es also. Wenn Draco etwas abgrundtief hasste, dann war es der Geruch von kaltem Rau. Wie kommst du hier rein? Ich dachte nur, äh, vergiss es. Willst du eine? Ray hielt ihm die Schüssel mit den Zigaretten hin. Harry starrte das Päckchen an. Er hatte in seinen letzten Ferien bei den Dursleys fast täglich eine Schachtel geraucht. Doch zurück in Hogwarts hatte er sich eine Standpauke von Hermine eingehandelt und war außerdem wenig später mit dem Nikotin-Gegner etwas weiter unten im Ostflügel aneinandergeraten. Das waren jedoch heute keine triftigen Gründe mehr. Ihn ritt ohne Zweifel der Teufel als er zugriff, doch wen interessierte das noch? Der Gedanke an eine Zigarette war plötzlich sehr verführerisch. Ray gab ihm Feuer und grinst, als er Harry einen tiefen Zug nehmen sah. Ich sehe schon, du machst das nicht aus purer Höflichkeit. Alte Gewohnheit. Er verspürte das vertraute, leicht seltsame Gefühl im Kopf, als das Nikotin zu wirken begann. Es war lange her und Harry nahm einen weiteren Zug, während er spürte, dass Ray ihn beobachtete. Er erwartete scheinbar unbequeme Fragen. Harry kannte die Antworten schon, doch das musste Ray Hayes nicht wissen und so meinte er nebenbei. Du treibst dich also öfter im Ausflügel rum? Ab und zu, er ist nun, es ist relativ leerer sicher. Erwartungen erfüllt. Der Ravenclaw sah nervös überall hin, nur nicht zu Harry. Dank Murphy's Cleverness ging es dem durch den Kopf, bevor er sagte, das ist allerdings wahr. Hayes schien es im Gegensatz gar nicht zu wundern, dass er hier war. Offenbar war jeder in diesem Schloss überzeugt, dass er machen konnte, was er wollte. Dass der Fall wäre, wäre er gar nicht erst nach Hogwarts gekommen. Harry, kann ich dich was fragen? Harry hatte keine Zweifel, was Ray Hayes ihn fragen wollte. Vermutlich dasselbe, was ihn alle fragen wollten. Kommt drauf an was, meinte er emotionslos. Warum spielst du nicht mehr? Das überraschte Harry nun doch. Offenbar überschätzte er die Prioritäten seiner Mitschüler, oder Hayes war ganz einfach nicht so sensationssüchtig wie die meisten anderen. Weil ich nicht mehr spielen kann, meinte er, den Blick in die Ferne gerichtet. Darf ich fragen, warum? Ray ließ Harry nicht aus den Augen. Er hat ihn immer bewundert, für seinen Talent, für seinen Mut, für alles, was er geleistet hatte. Harrys Veränderung war für ihn genauso wenig verständlich wie für den Rest der Schule. Im vorigen Jahr hatte er gehofft, ihn mal irgendwie zu einem Date bewegen zu können. Doch alle hatten nur von seiner heimlichen Affäre gemunkelt, von der niemand wusste, wer es war. Harry sah jedoch nicht mehr so aus, als habe er noch eine Affäre. Sonst wäre er sicher nicht alleine hier oben. Ich erhabe meine persönlichen Gründe für meinen Rücktritt aus der Mannschaft. Harry nahm noch einen Zug von der Zigarette und schnippte sie dann über die Zinnen. Er würde sich einen anderen Platz suchen und beim nächsten Mal die Türe wieder verriegeln, wenn er hierher kam. Gesellschaft war nicht das, was er wollte. Ray ließ ihn nicht aus den Augen. Harry richtete sich auf. Er hatte keine Lust mehr, Zeit mit Dracos momentan im Spielzeug zu verbringen. Sonst kam er möglicherweise noch auf dumme Gedanken. Es ist ziemlich kalt heute Nacht. Ich denke, ich verziehe mich lieber wieder. Das war jedoch offenbar nicht das, was Ray Hayes wollte. Willst du noch eine? Erneut hielt er ihm die Schachtel Zigaretten hin und diesmal trafen sich ihre Blicke. Etwas war in dem Blick des schwarzhaarigen Ravenclaws, das Harry enorm irritierte. Er kam gerade von Draco Malfoy und die berühmte Zigarette danach zu rauchen und doch sah er so aus, als hätte er nichts gegen ein weiteres tächteln möchte. Himmel noch mal, er hatte nicht mal damit gerechnet, dass sich auch der Sucher von Ravenclaw auf Affären mit Jungs einließ und nun bekam er eine ganz eindeutige Offerte. Flashback Ob du mir wohl irgendwann mal verrätst, wie ich diesen Blick zu deuten habe? Ich sah Ron an, der grinsend neben mir auf der Bank hing und mich offenbar nicht aus den Augen gelassen hatte. Ansonsten hätte er mitbekommen, dass ich Rayes nicht aus den Augen ließ. Toos Nachfolger war gut und er sah noch besser aus als die frühere Ravenclaw-Suche an. Nicht, dass mich das im Moment sonderlich interessierte. Ich hatte, was ich wollte und auch Gucken war nicht verboten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das wirklich willst. Ron lachte fies. Harry, 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 du bist mir einer. Du willst jetzt aber nicht behaupten, dass... Ich unterbrach ihn, wohl wissend, worauf er hinaus wollte. Und es musste wirklich nicht sein, dass Ron hier irgendwas über mögliche sexuelle Vorlieben von Ray Hayes herumposaunte. Keine Ahnung, ganz ehrlich, das wäre echt fies, falls es so wäre. Denk nur an die Enttäuschung. Daraufhin grinste er breit. Welche Enttäuschung? Er muss nun von links, Ron saß rechts von mir. Hermine links. Ach, keine bestimmte, nur, naja, gebrauchene Herzen und so. Stotterte ich nervös. Bis jetzt war ich ihren Verhören erfolgreich entkommen. Welches ist das Bett, in dem du dich versteckst? Hermines Miene war grimmig. Ich versuchte gnadenlos, hinter diese Sache zu kommen. Mir klappte die Kinnlade herunter, bei ihrem abrupten Themenwechsel. Ich konnte Dean und Neville die Ohren spitzen sehen und wurde rot. Offenbar war mein Liebesleben von großem öffentlichen Interesse. Das, das, das geht dich, ähm, äh, das geht dich nix an. Dean begann lauthals zu lachen. Wer wird denn so verlegen sein, Harry? Wir wollen alle wissen, mit wem du dich triffst. Du kommst auffällig, oft, auffällig, spät ins Bett. Lass ihn in Ruhe. Ron schob mir den Arm um die Schultern und zog mich ein wenig näher zu sich. Du bist nicht sein Beschützer, blaffte Hermine unwillig, während Dean weiterlachte und Neville grinste. Doch, das bin ich, nicht wahr, Harry? Lieber einen rothaarigen Beschützer als einen haselnussbraun gelockten Inquisitor, den man nicht weiter trauen konnte, als ich ihn ohne Brille sehen konnte. Ich ging bei Ron in Deckung und nickte nur, woraufhin Dean bald vor Lachen von der Bank fiel und Hermines Miene richtig düster wurde. Ihr seid Idioten, alle beide, maulte sie und wandte sich ab. Einen Moment später war das Spiel vorbei, denn Ray hatte den Schnatz erwischt und Hermine rauschte davon. Als Ron und ich erst eine ganze Weile später folgten, trafen wir sie mit Ray auf dem Weg zum Schloss. Rons Gesicht wurde grimmig, mein sein wenig verstimmt und Ray grinste mich an. Hallo Harry. Hi Ray, gratuliere zum Sing, aber glaub nicht, dass du gegen mich eine Chance hast. Das werden wir sehen. Werden wir ganz bestimmt, viel Spaß beim Feiern. Bist du eingeladen, Mina? Ja, bin ich, kam es schnippisch zurück. Mann, oh Mann, Mina kämpfte offenbar wirklich mit den Hormonen. Ihr seid auch eingeladen, Harry, rief Ray mir und Ron nach, denn wir waren weitergegangen. Mal sehen, gab ich zurück. Vergiss es, Harry, fragte Ron und ich stellte fest, dass ich seiner Meinung war. Flashback Ende ich trage mich, Ich mach mich, dass er mit dem Sitzung. Aber ich führe euch, dass er sich nicht auf uns heilt. Ich føre euch, Vielen Dank.